Hallo, ich bin Falco von Ortlieb. Heute stelle ich euch einen neuen Rucksack vor, den Attrak. Der Attrak passt in keine klassische Rucksack-Kategorie. Das seht ihr schon daher, dass er vor mir liegt statt steht, um ihn zu bepacken und zu entpacken. Der Rucksack ist eine Kombination aus einem Outdoor-Rucksack und einer Reisetasche. Wir definieren das in einer neuen Kategorie. Wir nennen sie Active Travel. Was macht ihn zum Outdoor-Rucksack? Definitiv das Tragesystem, was verstellbar ist und gut belüftet, sowie auch die Vorbereitung eines Trinksystems. Was macht ihn zur Reisetasche? Der große, weite Zugang zum Hauptfach, der innere Kompressionskurt und vier gut zugängliche Innentaschen. Somit ist der Rucksack perfekt für Kurztrips geeignet, um dann vor Ort wandern, Radfahren oder Klettern zu gehen. Wir haben ihn in 45, 35 und in 25 Liter. Der Rucksack ist wie alle unsere Produkte wasserdicht. Durch den Reisverschluss erreichte sogar IP67-Standard. Der Track hat ein innovatives Verschlusssystem. Der Reisverschluss befindet sich am Rücken und wird an den Enden durch ein Gurtband gehalten. Dadurch lässt sich der Rucksack auch im Stehen öffnen, um einen Schnellzugriff zu gewährleisten. Die schlanke Silhouette des Rucksacks in Kombination mit den verstellbaren Schulterträgern lassen Rückenlängen von S bis XL zu. Auf der Front befinden sich Daisy Chains, um Zubehör einzuschlaufen, mit denen ihr Stöcke, Helm, Ski oder Snowboard fixieren könnt. Dadurch ist der Rucksack extrem vielseitig und ihr seid für alle eure Abenteuer gewappnet. Für mehr Informationen über unsere Produkte schaut auf unsere Homepage, Facebook oder auf unseren YouTube-Channel.